Musik 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 ja kacke ja leute das ist doch hier ein Training aus ich verstehe bloß nicht wieso ok dann mache ich wahrscheinlich jetzt gleich das ja auch wirklich schämt ihr nicht wenn ich mein Pferd verfliegt habe ok doch 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 gibt es doch 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 ui das sind ganz viele stehe nicht im feuer ok dann sollen wir jetzt nicht im feuer stehen gut die Übung finde ich relativ kacke was ja nicht die leichteste ist du musst irgendwo hin treten wo kein feuer ist ich und das ist ein bisschen schwer weil hinter dir kommt immer feuer und ja ich habe auch scheiße das wird immer schwieriger wir können aber auch überfeuerspringen tatsächlich Leute ja so durchkürchen geht halt so ich finde leicht und glaube ist das sehr 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 das ist ein bisschen schneller werden ja aber es ist nicht mehr lange Leute ich habe hier ich habe hier ich habe hier noch mal in der Sackkasse gelaufen und kam es ja auf jeden Fall habe ich hier den Ruf adi 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 und wir haben so eine gewisse Zeit was oh ich habe mich entfernt ok dann habt ihr jetzt fang gesehen das mache ich dann später wieso fliegen wenn ich das mal kacke mache ich oh nein 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 oh die ist kacke Die ist aber auch nicht so schwer. Du kannst nicht aus jedem Kack reißen werden. Ich hatte nie Lust auf dieses Druidentraining, aber das Druidentraining ist auch zwischendurch mal lustig. Das kann für Ruhe sein, zwischendurch sogar. Jetzt wird's gleich knapp. Ich hab keinen Ausweg. Warum ist er nicht im Weg? Wenn ich tatsächlich gesprungen, wäre ich bestimmt tot. Glaube ich. Ich hab keine Ahnung, wie lange die Falle geht. So können wir die auch nicht vertreiben. Gut, dann reinhähen wir jetzt mal ganz links da wieder hin. Und gehen wir da wieder auf den Augen. Wir haben's gleich noch zweimal auszweichen, denk ich mal. Ich glaub, ich werde... Ich glaub, die Folge geht sehr lang. Kacke, die sind schnell, aber... Geschafft. Yay, besser verlieren, als zu leiden. Ja, er gebe ich dir recht. Gut, dann machen wir das Hindernis-Kroß-Dingsbums-Aum. Reiterum. Ach, das! Also wir sollen jetzt in Umkreis sind. Und wir dürfen das Rote-Ding nicht berühren. Und wir dürfen den Sprung nicht verkacken. Sonst müssen wir von vorne anfangen. Deswegen ist es nicht ganz so leicht. Deswegen... Ja. Das kommt wieder schneller. Aber ich find diese Übung relativ leicht, weil... Du musst ja einen nur springen. Und auch, dass du nicht getroffen wirst. Du kannst echt in dieser Übung nicht stehen bleiben. Das geht einfach nicht. Du darfst in dieser Übung nicht stehen bleiben. Oh, das ist... Ich liebe dieses hier. Oh, nein, verkackt. Okay, dann... Ich mach das später. Was? Mehr mit... Oh, scheiße, äh... Ich hab's jetzt nicht vorgelesen. Sorry, Leute. Äh, kann man einen... Was? Kennen... Mützen auf den... Auftragen? Ja. Ich denk schon. Ja, mal eine Zeit dafür. Also, later. Ja, die Baroness. Das große Schloss in Silver Lake. Ja. Auf jeden Fall. Das ist jetzt so ein Quiz, kann man sagen. Wir sammeln gerade so eine Bande aus Yorick. Äh, nein. Ja? Nicht, dass ich wüsste. Kacke. Nein? Der hatten wir eben schon. Leute. Zehn Hummeln Insekten. Ja. Ich denke schon. Wieso? Das kann ich doch eigentlich nicht zum Stars Label. Ich gebe vier Ballons über den Augenfilter. Ja. Ich glaub hier. Drei waren es nämlich nicht. Puh. Ich gebe vier Ballons über den... Ja. Hab ich doch schon gesagt. Nein. Droiden reiten auf Pferden, nicht auf vorher spuckende Drachen. Was bitte? Gibt es in Fort Pinter gelbe Rosen? Nein? Aus. Ja. Mann. Es gab ein Quiz. Hm. Wir müssen. Hier. Also hier steht. Äh. Erfolge der Figur, die aufzauht. Bleibe nah an ihm. Rette vorsichtig. Hier ist aber keiner. Hier ist kein bisschen. Wir müssen das in einem Schritt machen. Ich glaube immer schneller. Okay. Oh Gott. Das wird gleich schon sehen. Wir sind aufgenommen. Ich will gleich doch noch Champignon und machen. Okay. 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 Auf jeden Fall, ich werde das so machen, wenn ich eine Kacke, mache ich die eigentlich nicht noch mal. Aber die ist jetzt, ja, komm, neu, bitte. Lasst einfach mich, lasst mich einfach, bitte. Lasst mich doch einfach das machen. Auf jeden Fall mache ich auf Angleichen auf. Und das andere auch. Okay, jetzt im Kreis. Ein leichten Kacke. Was? Was habe ich jetzt verkackt? Achso, okay. Jetzt werde ich sie aber nicht wiederholen. Ja, okay. Das Drehen-Training war heute relativ kacke. Aber naja. Egal. Dann mache ich das nächste Woche bestimmt besser. Dann mache ich die anderen Übungen jetzt gleich nochmal ab. Und dann sehen wir uns bei den nächsten Mal wieder. Ich habe es an euch gefallen. Und dann jetzt am nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020